Hubert ohne Staller. Ausnahmezustand. Gierwitz untersucht einen offenen gelben Säulenbriefkasten. Ja, Profi, war das nicht? Seht eher nach Vandalismus aus. Ja gut, danke. Also, der Postler hat den Kasten um 9 geklärt. Da war noch nicht kaputt. Ja, muss in den letzten zwei Stunden passiert sein. Vielleicht hat ja jemand das gesehen. Ein kleiner Hund. Poffi, was ist denn das für einer? Ja, was bist du denn? Hubert nimmt ihn hoch. Ja, was ist denn? Gierwitz krault ihn. Hey, na? Seine Finger sind rot. Oh, hast dich verletzt? Na, ich glaube eher Sie haben sich verletzt, ne? Quatsch, hätte ich doch gemerkt. Vielleicht nur Farbe, oder? Na, lass doch mal sehen. Wo kommst du eigentlich her? Komm her. Mit Handy scannt er den QR-Code am Hundehalsband. Ah, Jürgen Schäfer. Birkenallee 13. Telefonnummer ist auch dabei. 13 wäre da. Gegenüber. Hopp. Ach so, ja. Der Hund läuft voraus. Hundehalsband mit Kot und die Viecher keinen Datenschutz. Als wir unseren Dackel damals verloren haben, ne? Und er hat ewig gesucht. Da wären wir froh gewesen, wenn wir so ein Halsband gehabt hätten. Dackel vielleicht nicht so. Herr Schäfer, schauen Sie mal, wer wir mitgebracht haben. Schön. Girwitz zieht sich auf der Terrasse um. Hubert steuert auf die offene Terrassentür zu, durch die der Hund verschwunden ist. Er bleibt stehen und blickt auf den Boden. Der Girwitz. Im Wohnzimmer liegt ein Mann mit blutigem Hemd. Ist doch Kurfarb. Oh. Er schaut zur Leiche. Oh. Und reibt seine Finger. Mehrere Stichwunden im Bauchbereich. Dr. Fuchs. Vermutlich von einem Messer. Das Ganze dürfte so circa eine Stunde her sein. Aber die Details erst nach der Autopsie. Sag mal, hört mir überhaupt jemand zu? Und? Nichts rausgefunden, oder? Nee, Sie? Ja, Steuerberater war er. Ja, ja. Vielleicht hat er den Kunden beschissen. Meiner war ja auch so einer, nicht? Ich ruf mal die Kaiser an. Herr Girwitz. Ja. Das ist ein Tatort. Er hat sein Taschentuch fallen lassen. Ach so. Er hebt es wieder auf. Gut, also ich nehme an. Versuchte Einbruch. Ja, und der Besitzer hat ihn erwischt. Ein bisschen früher. Und der hätte uns vielleicht einmal erwischt. In Kaisers Büro. Die Polizeirätin liest den Wolfratshauser Kurier. Auf der Titelseite ein Bericht über einen Brand. Riedl kommt mit Ordnern. Die Unterlagen, die Sie haben wollten. Ah, danke. Sie legt die Zeitung vor sich. Krass, das mit dem Brand, oder? Pja, da haben die noch mal Glück gehabt. Na ja. Die haben aber trotzdem ein Problem. Die hatten nämlich keine Rauchmelder. Da zahlt die Versicherung gar nichts. Schön blöd. Riedl verlässt das Büro. Kaiser trinkt feixend aus ihrem Chefbecher. Ihre Mine wird ernst. Suchend sieht sie zur Decke. Kaiser? Ah, Herr Gierwitz. Und, haben Sie den Posträuber gefasst? Mord? Ja, ja, ja. Halten Sie mich auf dem Laufenden, ja? Kaiser geht hinaus. Vielleicht kannst du mir helfen? Ja, klar. Und kommt durch den Vorraum. Ihre Augen sind beim Gehen weiter nach oben gerichtet. Frau Kaiser, suchen Sie was? Ja, die Rauchmelder. Wir haben doch gar keine. Ja, das ist mir auch gerade bewusst geworden. Dank Ihnen, Herr Riedl. Der tauscht einen Blick mit Rebecca. Beide schauen zur Decke. Im Haus Birkenweg 13 betritt Hubert ein Esszimmer. An der Wand steht ein Klavier. Gierwitz kommt durch eine andere Tür herein. Hubert prüft einen Fenstergriff. Darf ich fragen, wonach Sie suchen? Fällt ja dann nichts auf. Doch, alles sehr geschmackvoll. Keine Einbruchsspuren. Kein Fenster kaputt, nichts durchwühlt. Vielleicht ist aber die Terrasse rein. Hat gewusst, wo nachher suchen muss oder die beiden kannten sich. Erstaunt drehen die zwei sich zur Tür. Eine jüngere Blonde stutzt. Was machen Sie hier? Was könnten wir Sie auch fragen? Sie sind gut, ich wohne hier. Ach, Sie sind die Tochter. Ja, du musst mir leider eine traurige Mitteilung machen. Ihr Vater ist tot. Soll das ein Witz sein? Der hat mir vor zehn Minuten eine SMS mit einem Foto aus dem Urlaub geschickt. Ja, klar, klar. Herr Schatzi, wir kommen hier zu mir. Ja, sag einmal. Was sind denn das für die komische Leute? Sie nimmt den Hund hoch. Und wo ist denn eigentlich der Jürgen? Die Polizisten schauen betreten. Ein Blick auf Wolfratshausen im Esszimmer am Tisch. Wer macht denn sowas? Ein Einbrecher. Wissen Sie mir nachschauen, ob was fällt? Ja, wenn Ihnen da was auffällt, nicht? Einfach anrufen. Polizeirat? Ja, ich hab kein Geld, mir neue machen zu lassen. Aber die Rufnummer stimmt, nicht? Sie müssen noch bei der Durchwahl statt der 346 müssen Sie 312... Egal, die Handynummer stimmt. Wo waren Sie in den letzten paar Stunden? Ich? Ja. Ich hab mir mein Arschgeweih wegmachen lassen. Bitte? Ja, mein Arschgeweih. Ach, das war eine so blöde Idee. Wollen Sie es sehen? Wie? Ich dachte, das ist weg. Die Narben. Nein, das ist okay. Ihr Freund, gab es da Leute, die den vielleicht nicht zugemacht haben? Ja. Der Jürgen war eigentlich nie auf Konfrontation aus. Der wollte mit seiner Arbeit wirklich anderen helfen. Vor allem denen, die weniger Geld gehabt haben als er. Der hat sich auch Privatrecht engagiert. War zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr. Hat er Angehörige, Eltern, Kinder? Nein. Ah ja, wobei, doch, ein Cousin, der ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie haben nicht zufällig die Kontaktdaten? Nein. Aber der grinst Sie gerade von jeder Zeitung an. In der Bäckerei Rattlinger. Hubert hält den Wolfratshauser Kurier. Puh, richtiger Held, der Herr Cousin. Er dreht die Zeitung zu Gierwitz. Ja, den kenne ich sogar. Wir haben einen Leitfaden für die Zusammenarbeit von Polizei und Feuerwehr erstellt. Uh, das klingt spannend. Ja, das war damals, als ich in der Polizeirat war. Barbara bringt Kaffee. Wahnsinn, oder? Was? Der Brändl. Der war früher mal Stammgast. Und der hat gerade schon was weggelittert. Weil es ja kein Mensch glaubt, dass der mal zum Helden wird. Entschuldige, saufen doch alle bei der Feuerwehr. Nein, nein, nein. Ey, ein Feuerwehrmann, der wen aus dem Feuer rettet. Das ist doch normal, das ist doch seit schon. Ja, also ein Finanzbeamter kann jetzt keine Menschenleben retten. Hier, Witzhandi. Aber gut schaut aus. Na ja. Ja, viel besser als früher. Nehmen Sie morgen frühsämtliche Post an sich, die in dem Revier zugestellt wird. Öffnen Sie sie unter keinen Umständen, warten Sie auf weitere Instruktionen. Strahlt. Schaust denn so? Nein, was? Verstört zieht Gierwitz hoch, dann wieder auf sein Display. Er tippt eine SMS. Falsche Nummer, mein Freund. Ich bin nicht Ihr Freund, Herr Gierwitz. Und kein Wort zu anderen. Sonst fackel ich Ihr Haus ab. Ich kenn sogar meinen Namen. Wer? Ah, nix. Ne. Du, äh, ich zau ja mal meinen Deckel. Barbara steht versunken da. Hallo, was ist? Ach so, entschuldige. Ihre Antwort, Herr Polizeirat. Sie sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ich bin geschieden und wohne da nicht mehr. Und ich bin nicht mehr der Revierleiter. Jetzt sagst du nix mehr, mein Freund, wa? Aber das Wohl Ihrer Tochter liegt Ihnen doch sicher am Herzen. Strengen Sie sich an, wenn Sie nicht wollen, dass Johanna etwas zustößt. Nein. Gierwitz eilt aus der Bäckerei und hält sich das Handy ans Ohr. Drei, wie geht's? Lang nix gehört. Johanna, hör mir bitte genau zu. Kleiner Scherz, ich bin grad nicht erreichbar. Ihr wisst ja, wie's geht. Johanna, hier ist der Papa. Bitte ruf mich sofort zurück, es ist dringend. Hubert kommt zu ihm. Gierwitz wählt erneut. Haben Sie Ihre Ex immer noch unter Schatz eingespeiert? Das geht Sie doch gar nix an. Ne, Männer, bloß nehmen Sie lieber was Neutrales. Schreiben Sie, äh, Frau? Ja, oh, was soll das ändern? Jetzt entspannen, Herr Kiefer. Ich bin entspannt. Er nimmt das Handy ans Ohr. Ah, verdammt. Da ist irgendwas los. Ach, nein, ich hab nur, es ist nur Ärger mit der Ex. Ich meine, ich muss da irgendwie den Eintrag ändern. Ja, ja, exakt. Er geht. Gierwitz schaut auf eine Nachricht. Ein Fragezeichen von Unbekannt. Ich werde tun, was Sie verlangen. Er tippt. Im Revier tritt Kaiser mit Klemmbritt auf den Gang. Riedel? Ich hab echt nicht gewusst, dass Feuerlöscher ein Verfallsdatum haben. Jetzt wissen Sie es. Und der muss auch regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit überprüft werden. So, wie sieht's denn mit der Kennzeichnung der Fluchtwege aus? Hm? Wieso Fluchtwege? Wir haben doch nur einen Ausgang beziehungsweise den Eingang. Nee, 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 nee. Also laut Grundriss gibt es hier noch einen Hinterausgang. Sie meinen den im Lager. Riedel folgt ihr zu einer Tür mit Rauchen-Verbotenschild. Ach, du Schreck. Ja, Lager halt. Der Raum ist vollgestopft. Herr Riedel, wissen Sie, wie gefährlich sowas ist? Ich als Revierleiterin, ich trage ja die Verantwortung dafür, dass hier die Sicherheitsstandards eingehalten werden. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es brennt. Ist doch überhaupt kein Problem. Wenn der Feueralarm ausgelöst wird, dann dauert es fünf Minuten und die Kollegen von der Feuerwehr sind da. Heißt das, wir haben einen Brandmelder? Logisch. Und der funktioniert? Riedel bläst nachdenklich die Wangen auf. Bei der Feuerwehr. Brendel, groß mit blonden Locken und markantem Gesicht, steht mit einer Kollegin bei einem Löschzug. Sie macht Notizen. Er zeigt ihr einen Gürtel. Hinter ihnen parkt der Streifenwagen. Gürwitz und Hubert steigen aus. Ah, naja. Du, dann schaue ich Ihnen schnell im Lager nach, oder? Ah, gut. Lustig, Carsten. Brendel reicht ihm die Hand. Das ist eine Überraschung. Zu Hubert. Servus, Carsten Brendel. Servus. Äh, Frau Hoffner, Wischmeisterin. Hi. Die Kollegin. Carola Hoffner. Ich bin alle im Lager, gell? Ja, gut. Er umfasst Gürwitz' Gesicht. Das greift mir ja wahnsinnig, du. Wie kennst du den? Gut, 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 gut. Aber näher muss man ja wohl gratulieren, was man so liest, nicht? Nach so einer hellen Tat ist bestimmt eine Beförderung fällig, was? Brandmeister. Innerhalb von einem Tag. Das ist total schnell gegangen. Ja, rauf und runter. Das geht manchmal. Uck, zuck. Gürwitz nickt. Ja, hab ich schon gehört, gell? Brendel knuft Gürwitz. Ja, du. Na, du. Passt gerne mehr oder weniger, nicht? Aber deswegen sind wir eigentlich nicht hier. Dein Cousin ist tot. Brendel steht aufgestützt am Löschwagen. Jürgen. Ah. Ist umbracht worden. Na. Ich hab den doch erst. Dann hab ich den sonst so... Vor zwei Tagen da beim Einsatz. Da hab ich den letztes Mal gesehen. Da hab ich Ärger gehabt. Probleme. Haben Sie sowas mitgekriegt? Bei dem Jürgen, der... Gürwitz schaut aufs Handy. Ja, ich war total entspannt. Ich glaub, dass es nicht ist. Stress mit der Freundin vielleicht? Der Lilly. Nein, da mische ich mich nicht ein. Also, nein, dazu sag ich gar nichts. Ich sag nur, die war voll zu jung für den. Die hat den nur ausgenutzt. Die hat nix gearbeitet. Und apropos Tochter, die nix arbeitet. Wie geht's denn deiner? Ich kann sie seit einer Stunde nicht erreichen. Ist die nicht volljährig? Ja, er ist der absolute Helikopterpapa. Helikopterpapa. Auf dem Revier klappt Riedl eine Wandtafel hoch. Dahinter ein Brandmelder. So, jetzt. Wenn Sie da drücken, kommt der Null, kann man nix die Feuerwehr. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, Herr Riedl, oder? Da hängt die Tafel davor. Und das Glas ist kaputt. Ja, deswegen hängt ja die Tafel davor. Knopf tief drucken. Ist das irgendein China-Import? Nee, nee, die ist von mir... Von einem ansässigen Händler. Oh Gott, das darf doch alles nicht wahr sein. Kaiser wendet sich ab. Herr Riedl! Sie winkt ihn mit dem Zeigefinger heran. Sind Sie bereit für eine Beförderung? Ja. Dann ernenne ich Sie hiermit zum Brandschutzbeauftragten von unserem Revier. Nee. Ich weiß, dass Sie alles haben, nicht Sie zu verantworten. Das ist mir klar, aber von nun an. Kümmern Sie sich darum. Was heißt das? Feuerlöcher prüfen, Rauchmelder anbringen, in jedem Raum Notausgang beschildern und den Brandmelder austauschen. Schaffen Sie das? Ja. Er strahlt. Schön. Kaiser klopft ihm gegen den Arm und geht. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Nee, nee, ich schaffte schon nicht. Ich bin jetzt Brandschutzbeauftragter. Er eilt davon. Gierwitz und Hubert betreten den Vorraum. Rebecca, Lilly Faber. Schau mal, ob du wirklich irgendwas rausbringst. Und ob die einen Vorteil hat durch den Tod von einem Jürgen Schäfer. Das ist ihr Freund. Okay, mach ich. Hubert geht. Sag mal, Frau Nürnberg, wann kommt denn eigentlich hier immer die Post? So gegen elf. Erwarten Sie was? Ja, ein Bescheid wegen Unterhaltszahlung. Ich bin jetzt momentan nicht mehr so oft zu Hause. Deswegen hab ich gesagt, Sie sollen es hierhin bringen. Ah, okay. Tut mir leid, ich wollte nicht indiskret sein. Freund Jungblut, das ist Ihr Beruf. Frage, nicht? Alles gut. Alles gut. Echt? Rebecca sieht ihm nach. Sie trägt eine Uniformbluse mit Schulterklappen. Darauf je zwei Sterne. Im Dienstzimmer tippt Gierwitz auf seiner Tastatur. Vom Schreibtisch gegenüber beobachtet ihn Hubert mit aufgestütztem Kopf. Was machen Sie denn da? Ich versuche herauszufinden, wer hinter dieser Nummer steckt. Was für Nummer? Ja, Sie kennen das doch, diese dubiosen Nummern, wenn einer einem versucht, was anzudrehen. Oder die rufen einen an und hoffen, dass man zurückruft. Hubert zeichnet etwas. Auf Gierwitz' Monitor erscheint die Meldung, Prepaid-Karte ist nicht registriert. Verdammt, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, mich nervt das. Ich meine, woher wissen die, wer ich bin? Woher haben die meine Nummer? Hast du ein Telefonbuch vielleicht? Er lässt den Kollegen allein zurück. Gierwitz hebt sein Handy ans Ohr. Hi, wie geht's? Lang nix gehört. Kleiner Scherz, ich bin gar nicht erreicht. Die Polizisten in der Rechtsmedizin. Gierwitz wischt über sein Handy. Fuchs? Also insgesamt sind es drei Einstiche. Einer nur wenige Zentimeter tief, der zweite schon etwas tief. und nur der dritte hat tiefsitzende Blutgefäße getroffen und letztendlich zum Tod geführt. Die Klinge muss mindestens neun Zentimeter lang sein. Wellenschliff. Wellenschliff? Ja, aber Brotmesser mit Wellenschliff, das kann gar nix. Also, mit dem kannst du niemanden unterstechen. Echt? Ich habe ein Gemüsemesser so klein mit Wellenschliff. Damit könnte ich sehr wohl jemanden erstechen. Ja, danke, Frau Dr. Er will gehen. Sie haben es aber eilig. Ich habe es nicht eilig. Ich dachte nur, wir wären fertig hier. Nö, ich würde eigentlich schon ganz gerne noch was sagen. Bitte. Klar. Danke, Herr Gierwitz. Also, es gibt ja Mörder, die sich wie in Rage auf ihr Opfer stürzen. Da steckt dann hinter jedem Stich wahnsinnig viel Kraft und Emotion. Das war aber in diesem Fall nicht so. Hier wurde nur ein Stich mit großer Kraft ausgeübt. Sie mustert Gierwitz. Was ich damit sagen will. Der aufs Handy schaut. Vielleicht hat der Mörder ja zunächst gar keine Tötungsabsichten gehabt und erst beim zweiten Stich beschlossen sein, Opfer zu töten, was er dann mit dem dritten Stich erledigt hat. Ach so, und die ersten vielleicht so Übungsstiche. Vielleicht ein Streit, der eskaliert ist. Wobei der Täter das Messer bei sich gehabt haben muss. Wieso? Weil im Haushalt des Toten kein Messer fehlt. Das hat mir seine Lebensgefährtin bestätigt. Eine SMS. Die passt schon da. Fuchs blickt genervt. Gierwitz tippt. Noch nicht. Sagen Sie, hat der eine neue Freundin? Das ist ja Schlimmer als bei meiner Tochter. Das kann man nicht vorstellen. Konzentriert starrt Gierwitz aufs Handy. Im Revier stellt Riedl einen Feuerlöscher auf einen Tisch. Er entsichert ihn, nimmt den Schlauch aus der Halterung und drückt den Auslöser. Aus der Düse strömt weißer Nebel. Von wegen abgelaufen. Er steckt den Schlauch wieder ans Gerät und stellt es zurück. Ein sonniges grünes Tal im Nebel. Am Horizont Bergketten der Alpen. Auf dem Revier. Gierwitz kommt, gefolgt von Hubert, in den Vorraum. Von hier, war die Post schon da? Nein, tut mir leid. Aber ich habe was anderes rausgefunden. Wegen dieser Lilly. Laut Versicherer hat Jürgen Schäfer erst vier Monate vor seinem Tod eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und zwar zugunsten seiner Lilly. Ah, haben Sie es gehört? Gierwitz schaut aufs Handy. Das mit den Unterhaltszahlungen macht ihm ganz schön zu schaffen. Was? Nichts. Ich habe noch was. Genau, und zwar vor drei Jahren. Anzeige wegen Ladendiebstahl. Kosmetika im Wert von 75 Euro. Und eine Anzeige wegen Körperverletzung hat sie auch bekommen von einem Kontrolleur in der S-Bahn. Das sind aber auch Deppen. Oder? Was sagen Sie, Herr Gierwitz? Ja, unbedingt. Hubert geht. Von Junggut, Sie sagen Bescheid, wenn der Postbote kommt, ja? Ja, mache ich. Auf dem Gang steuert Gierwitz das Dienstzimmer an. Herr Gierwitz, falsche Richtung. Da geht sie. Wo wollen Sie jetzt schon wieder hin? Ja. Zur Farbe, wegen dem Tattoo. Ich kann jetzt hier nicht weg. Das muss warten, dass das Verhört wird. Wieso muss das Verhör warten? Kaiser steht hinter ihm. Da haben Sie sich verhört. Ich. Na klar, kommen Sie. Riedl kommt mit Leiter und Rauchmeldern. Einer fällt runter. Nee, aber Sie machen das schon ganz schön, wirklich. Hier im Gang würde ich zwei anbringen. Einen da hinten, einen da vorne. Aber Sie brauchen mich jetzt nicht jedes Mal rufen, wenn Sie eins angebracht haben. Das wäre sehr nett. Ich vertraue Ihnen da, ne? Er kippt die Rauchmelderschachtel aus. Hubert und Gierwitz gehen zum Streifenwagen. Seien Sie mal nicht besser, aber seit gestern, da wirken Sie irgendwie. Wie, wie wirklich? Ja, ja. Komisch. Also, äh, also anders komisch. Komischer als sonst. Unsinn. Also. Sie steigen ein. Jetzt wirklich. Ein Postbote kommt angeradelt und hält vor dem Revier. Moment. Gierwitz springt aus dem Wagen und rennt ins Revier. Dabei stößt der Unterriegel die Leiter weg. Moment, Moment. Ja. Der hängt in der Luft. Kannst du ihn nicht auffassen? Entschuldigung. An einem Deckenbalken. Gerade gekommen. Ich hoffe, es ist ein fairer Entscheid. Ja. Gierwitz zieht die Post durch. Oh. Ist das? Der hat man... Ein Umschlag. Ah, da ist er. Ähm, der ist an die Revierleitung adressiert. Ja, tatsächlich, äh... Beide ziehen am Umschlag. Ja, gut. Er lässt los. Sorry. Und steht unschlüssig vor Rebecca. Ja, dann... Ein Blick von draußen durch das Fenster in Kaisers Büro. Die Chefin sitzt am Schreibtisch. Rebecca bringt ihr die Post. Danke. Kaiser legt die Werbung beiseite und greift nach dem Umschlag. Im Streifenwagen blickt Hubert genervt aus dem Fenster. Im Büro prüft Kaiser den Umschlag. Gierwitz schaut zum Fenster herein. Ja, Polizei, Frau Zhausen-Kaiser. Herr Bürgermeister. Na, ich hab das Haus besucht. Sie legt die Post weg. Ja, wenn Ihnen das gerade passt, dann können wir das gerne in Ruhe durchgehen. Ja? Bei Lilly Faber im Wohnzimmer. Gierwitz sitzt in einem Sessel und fingert an seinem Handy herum. Warum ich mit dem Jürgen zusammen war? Was ist denn das für blöde Frage? Fragen Sie sich das auch, wenn Sie Beziehung haben? Ja, und meistens finde ich keine Antwort. Aber es war nie wegen Geld. Moment einmal. Wollen Sie mir jetzt gerade unterstellen, dass ich nur wegen der Kohle mit ihm zusammen war? Ja, entschuldige. Und der schließt die Lebensversicherung ab kurz danach, weil der umbrachte. Ich hab den Jürgen geliebt und er mich. Wie kommen Sie denn auf so einen Schmarrn? Hat das Psycho sei erzählt, oder? Nein. Ja, ist klar. Ich weiß schon, was der von mir denkt. Aber wissen Sie was? Das ist mir wurscht. Das ist einfach nur ein fertiger Alkoholiker, der niemanden mehr hat. Sogar seine Frau ist ihm weggelaufen. Moment einmal. Das ist aber nicht der Brändl, der gerade einen Händenstatus hat. Ja doch, genau der. Der will mich fertig machen, aber ich lass das nicht zu. Vielleicht haben Sie ja gestritten, die beiden. Wäre nicht das erste Mal. Ja, dann lässt man doch hier Alibi überprüfen. Also die Geschichte mit dem Tattoo. Dem entfernten Tattoo. Ja, gar kein Problem. Ich zeige Ihnen liebend gern meinen Hintern. Haben wir Post. Zu gewitz? Hey, Foto ist für nicht, gell? Was? Nein, nein, ich muss hier noch schnell was. Nee, nee, lass dich nicht stören, nicht? Alles unter Kontrolle. Jetzt tun Sie mal die scheiß Handy weg. Hey, würden Sie jetzt gefälligst mal meinen Hintern anschauen? Ich habe heute noch ein Begräbnis zu organisieren. Mit offenem Gürtel steht die blonde Lilly da. Der Streifenwagen nähert sich auf einem einspurigen Fahrweg zwischen üppigen grünen Wiesen. Das Laub der Bäume ist herbstlich gefärbt. Das hat aber schon ein bisschen was von Exhibitionismus gehabt. Können wir jetzt bitte zurück ins Revier fahren? Sie haben doch gehört, was die Fahrer über den Brändel gesagt hat. Über Ihren Freund. Das ist nicht mein Freund. Das nennt man Connections, nicht? Und außerdem können wir uns nicht mal jemand vorladen. Den ständig außer Haus. Das ist echt schwer mit Ihnen. Vorladen, nicht vorladen, raus, rein. Was wollen Sie denn eigentlich? Im Revier. Riedl steht auf einem Tisch und bringt einen der runden weißen Rauchmelder an. Brandschutzbeauftragter. Ich kann es echt nicht glauben. Ich wollte früher immer Feuerwehrmann werden. Rebecca schaut zu. Will das nicht jeder kleine Junge werden? Feuerwehrmann oder Astronaut? Also ich wollte ja nie Astronaut werden. Ich sage immer, wozu denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Er steht dicht vor Rebecca. Ja. Ich mag es ja immer gerne, die Dinge mit etwas Abstand zu betrachten. Sie geht. Abstand. Gut. Herr Riedl, wo ist unser anderes Problemkind? Er klappt die Wandtafel hoch. Da. Und zeigt auf den Brandmelder. Yassid nickt. Bei der Feuerwehr in einer Halle. Brendel stoppt die Zeit von seiner Kollegin Hafner. Neuer Rekord. Und? Auf geht's. Der nächste rennt los. Anstrengend. Die Polizisten kommen dazu. Renn. Oh, wie schaust du aus? Müde. Ich hatte eine unruhige Nacht nicht. Wenn ich mal an einem Pfahl dran bin, dann... Wie bei mir. Wenn ich einmal es lösche... Ja, Herr Brendel, Sie haben gesagt, Ihren Cousin hat jeder gemocht. Sie auch. Äh, was? Haben Sie mit seiner Freundin geredet, oder? Was hat die gesagt, dass ich Ihnen die Liebe nicht gegönnt hätte oder sowas? Äh, äh, der hat gesagt, dass Sie Alkoholiker sind. Wie das hat sie gesagt? Brendel breitet die Arme aus. Ja, also der Jürgen und ich, wir hatten letztes Jahr ein paar nicht so schöne Diskussionen. Ich hab nämlich pro Tag ein Trägerbier reingestellt. Und, äh, zwei Schachtel Zigaretten. Dann hat sich mein Arbeitgeber von mir getrennt, meine Frau auch. Und hier, freiwillige Feuerwehr, hat mich freigestellt. Wusste ich gar nicht. Aber dann, Entzug? Stationär, sechs Monate. Jetzt bin ich wieder draußen. Seit zwei Wochen. Hafner. Und seit drei Tagen ist er der Held bei uns. Jetzt her, auf mit Ihrer Heldennummer. Ja, nein, ich war heute noch als erster vor Ort, mei. Und ich bin froh, dass ich eine zweite Chance kriege. Weil, was macht denn der Mann da? Das ist unser Trainingsparcours. Genau, von der Freiwilligen Feuerwehr. Muss jeder, jedes Jahr einmal durch. Und wer länger braucht, wie fünf Minuten, ist raus hier. Weil, wenn der Feuerwehr gilt, Zeit ist nicht Geld. Nein, Zeit ist... Leben. Ja, das braucht es nicht anders, ne. Habt ihr es auch so eine Tauglichkeitsprüfung? Na, wir sind ja nicht die freiwillige Polizei, also sowas brauchen wir nicht. Und? Was ist, traut es euch? Was? Auf den Kinderspielplatz. Ihr wisst, ihr schafft es nicht. Das ist mir jetzt so albern, nicht? Ich geh dir jetzt rein. In fünf Minuten sind wir hier weg. Okay? Sie gibt ihm Gürtel und Atemmaske. So, dann passt jetzt wieder an, oder? Im Revier. Ja, eigentlich wollte die Kaiser, dass das ganze Teil ausgetauscht wird und nicht nur die Scheibe. Ja, aber das merkt doch die nicht. Ja, aber da steht doch immer noch Knopf tief Druck hin. Ach so, das meinst du nicht? Das haben wir gelber drauf. Yazid nimmt einen Stift und malt zwei Striche übers U. Fertig. Ich hab übrigens noch so eine Sprenkleranlage. Ist nur ein einziges Mal benutzt. Na, lieber nicht. Gut, Rechnung kommt per E-Mail. Was? Läuft das nicht mehr unter Garantie? Yazid fixiert ihn. E-Mail ist super. Und geht. Im Gang stößt Kaiser gegen die Leiter. Oh, Entschuldigung. Fertig? Äh, ja. Die Chefin inspiziert den Brandmelder. Riedl beobachtet sie besorgt. Naja. Ja, dann fehlt eigentlich nur noch die Kennzeichnung der Notausgänger. Mhm. Und? Aufräumen. Gut. Riedl ballt triumphierend die Faust. Yes. Bei der Feuerwehr robbt Gierwitz mit Helm und Sauerstoffflasche zu einem Schacht hinter einem Netz. Er rappelt sich hoch. Nein. Ach. Und blickt den Schacht herauf. Oh nein. Er hängt im Netz fest. Nein. Oh. Ich, ich, ich glaub's nicht. Rändl beugt sich über einen Schatkasten. Raimund, ist alles okay bei dir? Ja. Ja, ja. Alles, alles okay. Ich schau mir dann gerade die Konstruktion an. Das ist sehr interessant. An den Seiten Querhölzer. Der Knopf da, da kann man Rauch einleiten. Und der Knopf da, authentische Lärmkulisse. Das hebt ein Stresslevel nun mal weiter an. Aber das ist nix, wenn man keine Übung hat. Ach, die Art Übung, da können Sie voll aufdrehen. Ehrlich? Ja, ja. Auf Ihre Verantwortung. Riedl stößt die Leiter gegen den Brandmelder. Entschuldigung. Wie macht man das Ding denn auf? Keine Ahnung. Am Scheibkasten greift Brendel zu einem Telefonhörer. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Im Revier. Komm mal, dann hier nicht mehr in Ruhe telefonieren. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist doch ein Test, oder? Äh, ja, äh. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Denken Sie erst mal die Leiter ab, Herr Riedl. Der hat mit der Leiter Kaiser gestreift. Ich rufe zurück. Und fett jetzt den Garderobenständer um. Ach, du liebe Zeit. In der Feuerwehrhalle. Herr Gierwitz? Hubert steht allein vor dem Schaltkasten. Er drückt einen Knopf. Hinter der Tür zum Parcours flammt Licht auf. Im Schacht wird das Lodern rot-gelber Flammen simuliert. Von unten quillt Rauch herein. Gierwitz stemmt sich beidseits an den Querhölzern hoch. Ein Löschzug stoppt vor dem Revier. Hafner zu Rebecca und Riedl. Wo ist der Brandherz? Das war die Leiter. Der Feindversehen tut uns leid. Ja. Hol auf Fehlalarm. Fehlalarm. Wir schauen trotzdem, Jungs. Es ist nicht nötig, wenn Sie nur den Alarm deaktivieren könnten, bitte. Natürlich, Frau. Kaiser. Kaiser, hier, Karsten Brindl. Ich deaktiviere Ihren Fehlalarm sehr gerne, aber wir müssen trotzdem schauen, ob eine Gefahr bestehen. Es hat nie eine Gefahr bestanden. Also, ob das eine Gefahr war oder nicht, das entscheiden wir. Ja, junge Dame. Vorschrift ist nämlich. Vorschrift. Er geht mit Hafner hinein. Krass, das ist der Brandl. Im Schacht. Gierwitz verharrt entkräftet. Von oben schaut Hubert herab. Herr Gierwitz. Ihr dürft mir nun sein, was ist denn raus jetzt, theoretisch. Das ist alles überhaupt nur Ihre Schuld. Wie viel passiert Sie von der Dame provozieren? Moment, wieso meine? Sie wollten unbedingt da runter. Ich wollte das Ganze nur abkürzen. Seine Sauerstoffflasche hat sich im Netz verhakt. Können wir euch mal helfen? Ich hänge hier fest. Ja, Moment. Zeit, Hund. Hubert wirft es zu ihm herunter und seilt sich daran herab. Ich hänge da auch fest. Ja, ich sehe es. Ja, da ist ein Messer. Kannst du es nicht fallen lassen? Hubert greift über Gierwitz und schneidet ihn los. Jetzt, auf geht's. Gierwitz klettert am Seil nach oben. Bin ich sicher. Hubert betrachtet das Messer. Er legt mich am Arsch. Das Messer hat einen Wellenschliff. Und ist Lothra? Ja. Vor dem Revier. Frau Kaiser, der Feuermelder, der stammt aus dem 12. Jahrhundert. Den müssen Sie austauschen. Ist schon klar. Und was die Fluchtwege betrifft. Ja, ja, ja. Ich gelobe Besserung, versprochen. Das werde ich höchstpersönlich überprüfen. Das würde ich hoffen. Riedl kommt. Herr Brendel, könnte man vielleicht noch ein Selfie machen? Was? Ein Selfie. Herr Freilich. Cool. Wissen Sie, ich wollte früher auch immer zur Feuerwehr. Sie? Ja. Aber es ist nicht spät, gell? Echt jetzt? Ich halte Sie nicht auf, Herr Riedl. Hubert steigt aus dem Streifenwagen. Wo brennt's? Ja, lustig, Herr Hubert, lustig. Falscher Alarm. Ja, super. Haben Sie Ihren Gürtel gar nicht gebraucht. Er gibt Tafner. Ist aber sehr aufmerksam. Ihren Gürtel. Darf ich mal, danke. Hat sich Ihr Kollege rausgeschaut? Ja, ja, ja. Der ist beweglicher, als man glaubt. Wir bewegen uns jetzt auch. Carola. Danke nochmal. Gerne. Brendel und Tafner gehen. Ähm, mit der Kollegin müsst ihr nochmal kurz reden. Drinnen durchquert Gürtel den Gang. Er bleibt stehen, sieht sich um und huscht durch die offene Tür in Kaisers Büro. Er nimmt den Umschlag aus einer Ablage. Herr Gürtel? Der hält inne. Dann schiebt er das Kuvert rasch unter seine grüne Dienstjacke, schließt die Knöpfe, öffnet das Fenster, zieht einen Stuhl heran und steigt darauf. Herr Gürtel? Ich, ähm, ach, voll Jungblut. Ja, ich, äh, ich nüfte gerade. Ähm, ja, wegen dem Brandgeruch, den man das kratzt immer als Spür, das nicht? Äh, nein. Äh, ja, das ist das Gefährliche an Kohlenmonoxidvergiftung, nicht? Man riecht nicht zum Feldtot. Ja. Es gab gar kein Feuer. Komisch. Äh. Herr Hubert sucht Sie. Ja, gut, vor allem lassen Sie ruhig noch ein bisschen auf. Wir, nicht, frische Luft ist immer gut fürs Hirn. Ja. Er geht an Rebecca vorbei hinaus. Die blickt verwundert und macht das Fenster zu. Auf dem Gang tippt Gürtel eine SMS. Habe die Post. Ein Umschlag. Unversehrt. Mülleimer im Eingang Märchenwald. In einer Stunde dort ablegen. Hubert kommt. Tausend. Wenn Sie gar nicht dabei sein beim Verhör von der Hoffner. Äh, ja, nee, nee, ich kann das nicht warten. Was gibt's denn schon wieder so Wichtiges, Herr Gierwitz? Äh, ich wollte den frisch machen, damit ich einen kleinen Kopf hab beim Verhör, nicht? Obwohl, wir können auch gleich. Die Polizisten steuern auf ihr Büro zu. Streng schaut Kaiser ihnen nach. Im Verhörraum sitzt Hubert Hafner gegenüber. Gierwitz steht bei der Tür. Ja, Sie haben ja den Herrn Schäfer gekannt. Ja, natürlich. Wie gut haben Sie denn, den Kind? Das geht Sie gar nicht so. Frau Hafner, wenn Sie uns was zu sagen haben, dann tun Sie es bitte jetzt. Unsere Zeit ist kostbar. Also. Wir haben uns gut verstanden, mehr nicht. Glauben Sie jetzt echt, dass ich was mit ihr gehabt hätte? Naja, der Schäfer war... Der war nicht mein Typ. Hafner ist blond, hat blaue Augen und trägt Uniform. Schauen Sie mal her. Ja, das ist Ihr Messer. Wellenschliff. Mit dem ist er umgebracht worden. Sie wissen aber schon, dass jeder Feuerwehrle so ein Messer hat. Aha. Ja, wenn das so ist, dann sehe ich keinen Grund, warum wir Frau Hafner noch hier behalten sollten, nicht? Der Gierwitz, da war Blut an der Klinge. Das ist ja eher ein Fall für Frau Dr. Fuchs, nicht? Ich, wissen Sie was, ich bring's sofort hin und dann, äh, geht's schneller, nicht? Der Gierwitz hat mir einen Komforterschein. Lass uns meine, meine Sorge sein, nicht? Mit dem Messer in der Beweismitteltüte eilt er hinaus. Zurückgelehnt sieht Hafner Hubert an. Wann ist das ein Koffee? Ja. Im Gang hält Riedl ein grün-weißes Fluchtwegschild an die Wand. Sagen Sie, Rebekka, haben Sie zufällig den Briefumschlag gesehen, den Sie mir heute Morgen auf dem Schreibtisch gedrückt haben? Nein. Ich geh mal raus, vielleicht ist es aus Versehen im Eidpapier gelandet. Jetzt nimmt der Gierwitz schon wieder mein Radl. Der fährt weg. Wer macht denn so was? Kaiser tritt zu ihm. Ah, Herr Riedl. Ah, schön, dass Sie an die Schilder gedacht haben. Was machen wir denn jetzt mit dem Brandmelder? Riedl schaut nachdenklich. Ja, da wird Ihnen schon was einfallen. Sie lässt ihn stehen. Im Verhörraum hebt Hafner einen Kaffeebecher zum Mund und trinkt. Also, wenn die Pathologin irgendwelche Spuren findet, dann wird es ganz eng für Sie. Mhm. Die werden schon was finden. Was? Ja. Fetzen vor Haut. Fleischpartikel. Vielleicht sogar ein bisschen Blut. Heißt das, Sie geben es zu? Dass ich heute Mittag mit dem Messer Salami geschnitten habe. Ja. Der Salami. Salami. Aha. Und die haben es dann wahrscheinlich zusammen gegessen, oder? Glauben Sie jetzt wirklich, dass ich was mit dem Mord zu tun hätte? Ja, glauben Sie mir, Hocker da zum Spaß beinahmen? Vor einem eingezäunten Freizeitpark steigt Gierwitz vom Radl. Er stellt es ab. Gierwitz holt das Kuvert aus einer Tasche am Gepäckträger und deponiert es in einem Abfallkorb neben einer Sitzbank. Hektisch sieht er sich um und schiebt das Rad ein Stück weiter. Ein Obdachloser nähert sich der Bank mit einem Einkaufswagen mit leeren Flaschen. Der Polizist stellt das Rad erneut ab und schaut aus geringer Entfernung zu dem Mann. Der durchwühlt den Abfallkorb. Er zieht eine leere Pfandflasche heraus und legt sie in seinen Wagen. Dann greift er nach dem Kuvert und mustert es prüfend. Hey, was machen Sie da? Was für die 30 Sekunden, die einfach ganze Post aufmachen. Er entreißt ihm das Kuvert. Rebecca kommt auf ihrem Motorroller. Herr Gierwitz! Ein Glück, Sie haben den Brief gefunden. Ich hab den überall gesucht. Danke! Sie setzt sich darauf. Ja, dann ist es leichter. Baff sehen Gierwitz und der Obdachlose Rebecca nach. Gierwitz trägt Riedels Helm. Der Obdachlose eine Pudelmütze. Im Verhörraum. Hubert nimmt sein Handy ans Ohr. Herr Gierwitz! Ja, was sagt denn die Frau Fuchs? Hubert, ich muss Ihnen gestehen, ich war noch nicht bei der Fuchs. Nicht? Auf einem Gehweg. Ich weiß, ich bin in letzter Zeit nicht mehr ich selbst. Ja, das stimmt. Jemand erpresst mich. Was? Wer? Wenn ich das mal wüsste. Ich meine, das Schlimmste ist, ich hab den Brief nicht mehr. Was für ein Brief? Ja, den Brief, der in zehn Minuten im Papierkorb am Märchenbad liegen muss. Sonst passiert meiner Tochter was. Hubert, Sie müssen mir helfen. Ja, ist das Ihr Ernst? Ja, ich hab da sonst niemand. Nein, ich mein das mit Ihrer Tochter. Ja, ja. Warum sagen Sie das nicht gleich, Herr Gierwitz? Wir hocken da zusammen in einem Büro. Was soll ich sagen, Hubert? Ich bin momentan am Boden zerstört. Haffner trinkt. Ja, welchen Brief? Ich meine, ich weiß doch nicht mal, was in dem Original drin war. Wir treffen uns bei der Radlinge. Ja. Danke. Gierwitz geht zum Rat zurück. Im Verhörraum zu Haffner. Sie bleiben im Ort, bis wir das mit Ihrer Salami geklärt haben. Hubert steht auf, greift nach seiner Polizeilederjacke und geht. Haffner schaut empört. Ihr Haar ist zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie nimmt den Gürtel und ihren Helm vom Tisch und erhebt sich. Ein Blick auf Häuser und den Starnberger See. Im Sonnenschein kommt der Streifenwagen eine schmale Straße entlang und biegt auf den Parkplatz der Bäckerei Radlinger. Drinnen an einem Stehtisch die Polizisten. Hubert hält Briefumschläge. Gierwitz tippt in sein Handy. Aber den Umschlag? Also welchen nehmen wir? Ich verspäte mich immer. Herr Gierwitz, wie hat der Umschlag ausgeschaut? Ja, wurscht. Dann nehmen wir den da. Der ist viel zu klein. Der ist viel zu klein. Warte, warte, warte. Das hier, der hat Luftpolster von mir, das geht nicht. Der hier, so weit, der war's. So hat's doch die Noppen nicht kaputt. Was wollt ihr überhaupt beschicken? Eine gute Frage, Frau Hase. Eine gute Frage. Neue Probleme möchte ich haben. Das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Herr Gierwitz, wie hat sich das angefühlt in dem Umschlag? Also wenn ich ehrlich bin, bin ich ein Flachmann und ein Feuerzeug. Flachmann und ein Feuerzeug? Ja, ich weiß auch, dass es das nicht gewesen sein kann. Verschiebt's halt was, was jeder brauchen kann. Was weiß ich? Stifte, Schokolade, Servietten, Teelichter. Frau Hansa, es geht hier nicht um, Geschenk. Na gut, so geht nichts mehr. Sie geht. So war's nicht gemeint. Jetzt ist es sauer. Im Revier. Yazid schließt den Brandmelder. So, und mit dem Kleber hält das jetzt besser, oder was? Ja, freilich, willkommen. Yazid gibt ihm eine Heißkleberpistole. So was blöd ist. Eine Hausapotheke habt ihr da, oder? Weil sonst gehe ich kurz ins Auto, da habe ich ja sehr günstig. Nein, nein, alles da, danke. Okay, also pass auf, ich lasse dir jetzt diese Ersatzscheibe da für einen geilen Aufpreis, selbstverständlich, falls mit der was ist, ja. Und die Heißkleberpistole kriegst du gratis dazu. Cool, danke. Also, bitteschön, Servus. Rebecca kommt mit dem Umschlag. Hi. Hi. Ja? Sie tritt in Kaisers Büro. Ah, da ist er ja. Wo war er denn? Sie haben jetzt aber nicht die letzte halbe Stunde Müll gewöhnt. Ehrlich gesagt verstehe ich das als alles ganz. Kaiser öffnet den Umschlag und schüttet ihn aus. Ein Flachmann und ein Feuerzeug purzeln heraus. Und? Mehr ist da nicht drin? Kaiser sieht in den Umschlag. Doch, da ist er. Ein Rauchmelder landet in zwei Teilen auf ihrem Schreibtisch. Kaiser und Rebecca schauen zur Decke. Ach, ich. Der geht mit einem Karton zum Lager. Über dem Rauchen-Verboten-Schild wurde ein neues Schild angebracht. Darauf steht Notausgang. Das Wort ist durchgestrichen. Riedl stellt den Karton mit der Heißkleberpistole hinein und geht zurück. Im dunklen Lager. Aus dem Karton beginnt es zu qualmen. Vor dem Freizeitpark hastet Gierwitz zum Abfallkorb neben der Bank. Er legt den Lokumschlag hinein und rennt zum Wagen zurück. Er setzt sich zu Hubert in den Wagen und tippt auf sein Handy. Geht. Ausgeliefert. Hubert spät aufs Display und schnell wieder nach vorn. Wartend sitzen die Polizisten mit Blick auf den Abfallkorb im Streifenwagen. Endlich rufst du mal an. Was? Ja, ich war das. Ja, was soll das heißen, Telefon-Terror? Ich hab mir halt Sorgen gemacht. Ach, vergiss es. Weißt du, wo Johanna steckt? Die ist bei dir. Ihr macht Urlaub auf den Seychellen. Gott sei Dank. Kurz lässt er das Handy auf die Brust sinken. Moment, sag mal, wo habt ihr denn das Geld her? Weißt du, wie oft ich Urlaub gemacht habe, seit wir uns getrennt haben? Hallo? Er nimmt das Telefon vom Ohr. Den Eintragsschatz, den Daddy löschen. Ja. Ja. Was? Oh, Frau Kaiser. Ja. Ja, wir kommen sofort. Ja. Auf dem Revier. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen, aber ich war in letzter Zeit nicht mehr ich selbst. Was bei Ihnen ein absoluter Vorteil sein kann. Das haben wir alle mitbekommen, Herr Gewitz, die Unterhaltszahlungen. Ja. Aber deswegen hab ich Sie nicht kommen lassen. Ach nein? Nein. Schauen Sie mal. Sie schiebt Ihnen. Das ist Ihr Fall. Den Umschlag hin. Wie? Wie, Gerber? Keine Bestreifung, keine Degradierung? Herr Gewitz, ich weiß ja nicht, was Sie so in den letzten beiden Tagen alles angestellt haben. Aber soweit ich weiß, kann man Sie nur noch einmal degradieren. Und das heben wir uns besser auf. Hubert lupt in den Umschlag. Danke. Und zieht dann zu Gewitz. Ein Blick auf Wolfratzhausen im Sonnenschein. Brendel kommt aus der Feuerwehrhalle zu einem Löschzug und reißt dabei den Lockumschlag auf. Er zieht ein größeres und ein kleines Stück Käse heraus. So ein Scheiß drückt ab der Kommi. Verarschen oder was? Er schleudert den Käse hin, tritt gegen den Reifen des Löschzugs und kickt den Umschlag weg. Dann nimmt er sich eine Zigarette, schmeißt die Schachtel zu Boden, lässt sich auf das Trittbrett sinken und sucht nach Feuer. Die Polizisten kommen. Gierwitz hält ihm das Feuerzeug hin. Feuer, Kersten. Oder lieber einen Schnaps, sechs Monate Entzug. Völlig für den Arsch. Ja, das ist der Frust. Job weg, Frau weg. Haben Sie das Feuer gelegt, um es hätte da zum Stehen, oder? Was ist denn das für ein Kass? Wie kommst du denn da jetzt drauf? Ich komm gar nicht drauf. Idee von Ihrem Kousin? Auf einer Zeitung in Handschrift? Von wegen hält, mein Kousin ist ein Brandstifter. Stimmt. Die Polizisten verfolgen den flüchtigen Brendel durch die Halle. Brendel rennt eine Metalltreppe herab, Hubert und Gierwitz jagen hinter ihm her. Der große, kräftige Brendel arbeitet sich mit schnellen Schritten ein steiles, gegenläufiges Laufband hinauf. Herr Brendel, es klingt doch nichts! Die Polizisten bleiben unten stehen. Brendel verschwindet durch die Tür zum Parcours. Tja, Hubert. Ja was, Hubert, Siehfreunde, dürfen Sie behaupten? Ich geh da sicherlich doch mal rein. Ja gut, dann warten wir beide draußen. Ja, bitte. Sie stehen am Fuß des Laufbands. Gierwitz dreht sich zur Tür. So, Herr Kasten, warum hast du die Ausrede mich ausgesucht, hm? Ja, ich hab jetzt deine Nummer noch gehabt. Und hab gedacht, du bist immer noch irgendwie wichtig. Aber ich war jetzt sechs Monate weg. Ich hab nicht wissen können, dass du dermaßen mit dir bergab gehst. Du bist natürlich genau der Richtige. Hm? Ich meine, komm jetzt endlich da raus und zur Albahn! Hubert geht zum Schaltkasten. Was wird das, Hubert? Ja, schauen wir mal, ob ich schaffte für den Finokorn. Hinter den Scheiben der Tür flammt das gelbe Licht auf. Gierwitz stellt sich neben den Kollegen. Schalter werden umgelegt, Knöpfe gedrückt. Das auch noch. Alles auftreten. Gespannt schauen die beiden nach vorn zur Tür. Das Licht dahinter flackert wie Flammen. Auf dem Revier. Kaiser steht im Gang und begutachtet in geringem Abstand angebrachte Fluchtwegschilder. Nee, haben Sie gut gemacht, Herr Riedel. Wenigstens kann man die nicht übersehen. Riedel strahlt. Sagen Sie mal, riechen Sie das auch? Da grillt einer, oder? Ja, ist toll. Das riecht hier irgendwie angebrannt. Ganz genau. Sie hastet zur Lagertür und reißt sie auf. Qualm dringt heraus. Feuerlöscher, sofort. Rebecca holt und betätigt ihn. Aus der Düse kommt nichts. Aber ich hab die noch getestet. Prüfen, Herr Riedel, nicht testen. Los, komm, alle raus, alle raus. Ab dem müssen wir dann drinnen, oh Gott. In der Feuerwehrhalle. Herr Brendel, jetzt sind schon ganz schön lange da drin. War es vielleicht ein Rettungsmesser? Brendel taumelt aus der Tür zum Parcours. Rauch quillt heraus. Brendel schnappt nach Luft, fasst sich an den Hals und bricht auf dem Laufband zusammen. Er wird darauf nach unten transportiert. Hubert schaltet etwas aus. Brendel richtet sich auf. Reimund. Der tritt vor den Schaltkasten. Als mein Cousin gesagt hat, dass er Beweise hat, da wollte ich mich stellen. Wirklich, das muss ich mir glauben. Aber wie dann die Zeitungen erschienen sind und alle mich als Held gefeiert haben da. Da haben sie mich hier zum stellvertretenden Kommandanten ernannt und mein Arbeitgeber wollte mich wieder einstellen. Mein Ex hat mich wieder angerufen, dass ich das alles wegschmeißen soll. So, warum haben Sie lieber Ihren Cousin gebracht? Na, ich wollte einmal noch mit ihm reden, aber er hat gesagt, er hat den Brief schon eingeschossen. Da bin ich kurz ausgezickt und... Schwere Brandstiftung, Erpressung, Mord, Carsten, da kommt einiges zusammen. Der Briefkosten ist auch hier, ne? Feuer! Alarm! Feuer! Brendel rappelt sich hoch. Das ist ein Feueralarm! Bitte, Reimund, darf ich einmal noch zum Einsatz, bitte? Netter Versuch, Carsten. Hallo, Kollegen, nein, das ist ein Feueralarm. Und der Herr Brendel ist ausgerichtet, er kommt in der nächsten Zeit nicht, weil der hat Schrimmenhusten. Hubert legt auf. Brendel schnappt nach Luft und sinkt auf das Laufband zurück. Vor dem Polizeirevier. Die Tür steht offen, drinnen lodern Flammen. Verstehe das nicht, wo bleibt denn die Feuerwehr? Den hat mir gesagt, das wäre ein Feueralarm. Bitte was? Ja, aber... Der Streifenwagen stoppt vor den Breinen. Da ist doch der Brendel auf dem Rücksitz. Riedl zeigt nach vorn. Die beiden haben doch wohl nicht. Bei den beiden ist ja alles möglich. Zurück! Sie schaut irgendwie... Spannend aus. Zurück! Der Waden setzt zurück. Herr Hubert! Kaiser schlägt auf die Motorhaube. Hängen Sie den Wagen an! Bleiben Sie stehen! Ich muss die stehen bleiben. Herr Hubert, Herr... Das war Hubert ohne Staller. Ausnahmezustand aus dem Jahr 2019. In weiteren Rollen Jeanne Gourso als Rebecca Jungblut. Susu Padotzke als Rechtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs. Hannes Ringelstädter als Yassid. Wolfgang Maria Bauer als Carsten Brendel. Stephanie van Poser als Carola Hafner. Drehbuch Philipp Ketner, Regie Sebastian Sorger.